Deine Abi-Phase war ja komplett im Corona-Modus. Wenn du die mit einem Wort beschreiben müsstest ... Lame, langweilig. Also, dieser Abi-Kick hat gefehlt so. Übertrieben scheiße. Dann ist halt der Lockdown passiert und wir sollten uns zweites Mal nochmals homeschooling. Deine Mutter ist so da, deine Schwester, deine Brüder. Und dann ist so ... man kann sich gar nicht konzentrieren. Und ... es hat einmal nicht besser funktioniert. Und es hat mich ja persönlich auch richtig fertig gemacht. Wir haben nicht das Gefühl, dass Bildung hier gerade eine Priorität hat in der Corona-Politik. Ich finde, dass die Bildung eine Priorität hat und dass die letzten Monate das auch gezeigt haben. Ich glaube, Politiker sind noch so ein bisschen realitätsfern. Corona, Schule, es reicht. Wir treffen gleich Manel. Das war ihre Schule. Manel ist eine junge Berlinerin und die schreibt heute ihre letzte Abi-Prüfung. Beziehungsweise sie muss eine Präsentation halten. Abi ist immer Druck. Und wenn du aus weniger privilegierten Verhältnissen kommst, hast du es einfach noch schwerer in unserem Bildungssystem. Und Corona macht's noch mal heftiger. Ich frag mich, werden diese SchülerInnen genug von der Politik supported? Die Pandemie geht jetzt schon über ein Jahr. Hat sich da nichts verbessert? Und welche Schwierigkeiten haben diejenigen, die jetzt gerade Abi schreiben, immer noch? Guten Morgen, na, wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir, Jens? Gut. Uns geht's auch gut. Wir sind aufgeregt. Bist du aufgeregt? Ja. Du warst eilig, ja? Ja. Warte kurz, verkabel dich. Die Prüfung heute ist wichtig für einen guten Abischnitt. Den braucht man denn auch, weil sie Diplomatin werden will. Und hast du Bock? Jetzt? Präsentation? Dafür bräuchte sie schon einen guten 1er-Schnitt. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hab ja so zwei Nächte vor meiner Prüfung hab ich einfach meine Präsentation gelöscht. Also aus Versehen. Was hast du? Ich hab meine Präsentation aus Versehen gelöscht auf dem USB-Stick. Ich hab's noch auf dem PC, aber ich hatte das gar nicht auf dem PC. Ich konnte nur die Hälfte wieder herstellen. Ich hab so fünf Stunden, ich hab so um zwei Uhr gelöscht und ich war bis sieben Uhr, hab ich wieder alles neu gemacht. Nein. Ich hatte erst mal so richtig einen Nervenzusammenbruch. Ich hab mir so, ey, nein, scheiße, wie dumm kann ich sein? Also die Technik funktioniert ja schon mal. Ja, ja, zum Glück. Wir begleiten Manel schon eine Weile. Das viele Homeschooling war für sie ein krasser Motivationskiller. Auch bei der Vorbereitung der heutigen Präsentation. Dabei zählt die gleich vierfach in die Abinote. Ich hab eigentlich richtig früh angefangen. Ich hab so Ende Dezember angefangen. Das war so, als der zweite Lockdown angefangen hat. Ich war so richtig motiviert. Ich hab eigentlich relativ viel gemacht. Danach haben die Lehrer so angefangen mit Online-Unterricht. Dann ist die Zeit immer weiter, 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 weiter. Die Zeit ist immer weitergegangen, sie ist nicht stehen geblieben. Und dann war's irgendwann Anfang März und ich hatte so einen zwei Monaten Prüfung. Ich dachte mir, okay, ich muss jetzt irgendwas machen. Weil sonst ist es zu spät und ich werd das nie in meinem Leben pünktlich schaffen. Das heißt, es war schon der Online-Unterricht, der dich da rausgerissen hat aus deinem Modus, in dem du drüber warst. Also, dass die Schulen wieder zu waren ab Januar. Du irgendwie keinen Präsenzunterricht hattest und dann online irgendwie klarkommen musstest. Das war schon so ein bisschen eigentlich wegen Online-Unterricht. Aber ich hab auch, also viele haben... Weil das so viel war von den Aufgaben oder also dass du einfach nicht hinterhergekommen bist? Also es waren sehr viele Aufgaben. Also es war einfach zu viel, es war wirklich zu viel. Im letzten Jahr waren die Schulschließungen schon eine große psychische Belastung für 38 Prozent der Schüler. Und seit Januar sogar für 50 Prozent. Auf sich selbst gestellt und ein Berg voller Aufgaben, der immer größer wird. Manel wusste nicht, wo sie anfangen soll. Sie schickt mir Videos. Ich hab mein 5. PK in einem Monat. Ja, ein, zwei Monaten. Und ich hab nichts gemacht. Ich hab bis jetzt nur meine Gliederung und so ein paar Informationen. Ich muss echt noch echt, echt viel machen. Und Abi-Streich sieht jetzt auch nicht wirklich gut aus. Das ist halt richtig schade. Also heute war der letzte Schultag. Ich muss jetzt für mein Abitur lernen und meine 5. PK fertig bekommen. Ich weiß, ich sag das in jedem Video. Ich bin echt fertig, aber die Vorbereitungen sind alle bei Null. Ich hab das Gefühl, es gab nicht diesen Übergang von Präsenzunterricht, Klausurphase auf, ja, okay, du musst jetzt fürs Abi lernen. Ich hab irgendwie diesen Übergang verpasst. Eine Studie musste ich noch auswerten und auch noch das Fazit. Also es ist gerade 4 Uhr. Ich bin gerade ein bisschen leiser, weil meine Schwester schläft. Auf jeden Fall. Jetzt ist ich gerade an meiner Ausarbeitung. Ja, so sieht's bis jetzt aus. Die Vorbereitung war ja offensichtlich alles andere als easy. Wird's heute bei der Prüfung für eine 1 reichen? Lass mal ein bisschen mit mir üben jetzt, Frau Hamm-Dart. Was haben Sie denn vorbereitet? Wieso? Ups. Ich muss lachen. Also, mein Vortrag ist halt das Thema aus vegetarischer und veganer Ernährung. Und die Leitfrage ist, wie viel beeinflusst diese Leistung an Sportlars? Und mein Direktor kommt jetzt gerade. Der Direktor? Ja. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo. Jetzt hat sich die Maske schnell wieder schlafen. Herr Gerhard. Ja, und läuft alles? Ja, ja, läuft alles. Gut vorbereitet? Ich hoffe. Ja. Schön, drück den Daumen. Dankeschön. In paar Minuten muss Manel abliefern. Wieso ist denn das eigentlich wichtig für dich, das Abi? Ja, also natürlich, ein gutes Abi ist schon nice. Ich hoffe, die anderen sind jetzt auch, um meine Eltern stolz zu machen. Weil die sind ja nicht extra nach Deutschland gekommen, damit ich irgendwie nichts mache. Irgendwas soll ich ja, muss ich denen auch zurückgeben. Und, ja, deswegen ist es mir eigentlich wichtig. Ich wollte schon immer Abi machen, so. Geht's jetzt los? Mensch, du filmst da, ja, dann geht's los. Ja. Was ist mir mit irgendwann mal was Großes? Frau Risch, habe ich mir doch schon immer gesagt. Okay. Wer macht die Tür zu? Manel, Daumen sind gedrückt. Du schaffst das. Wenn das mit dem Online-Schooling alles gut klappen würde, wäre Manel das Lernen sicherlich leichter gefallen. Auf mich, auf mich. Sogar im Bildungsbericht des Bundes steht, dass da, naja, ich sag mal Luft nach oben ist. Ich lese mal vor. Die Potenziale digitaler Medien im gesamten Bildungsbereich werden noch nicht ausreichend genutzt. Und als Gründe werden unter anderem angegeben eine geringe Qualifizierung des Personals. Heißt, die Lehrer wissen auch nicht so richtig, wie das gut geht mit dem Online-Unterricht. Oder eben Probleme mit der digitalen Infrastruktur. Der Server stürzt ab. Deutschland hat die Digitalisierung verpennt. Und das fällt jetzt gerade den AbiturientInnen voll auf die Füße, weil die seit einem Jahr darauf angewiesen sind, um sich gut vorzubereiten. Was dich dann noch retten kann, ist ein optimales Lernumfeld zu Hause. Hey, na, kein Problem. Wie geht's dir? Ich hatte als Abituriente viel Ruhe, ein eigenes Zimmer, eigenen Computer. Und Manel, was hat die? Okay, ich muss mein Zimmer teilen mit meiner Schwester. Das ist auch ein bisschen so blöd. Natürlich manchmal kommt es auch so ein bisschen zu Streit, weil sie sagt, ja, lass mich mal jetzt ran. Ich sag, nein, ich brauch jetzt den Schreibtisch. Aber meistens krieg ich dann den Vorrang, weil ich lernen muss. Und Manel hat auch noch zwei Brüder. Ruhe zu Hause ist nicht. Ablenkung durch Sport oder Freunde treffen aber auch fast nie. Ja, aber Amira kommt zu spät, hat sie mir das gerade gesagt. Ihre Freundin Amira sehen ist ein seltenes Highlight in Corona-Zeiten. Und die treffen wir wenige Tage vor den Prüfungen. Amira hat die wiederholte Schließung der Schulen richtig rausgerissen. Sie ist sonst eine sehr gute Schülerin, rutscht im letzten Jahr aber komplett ab in ihren Noten. Ich hab mich einfach nicht abgeruht gefühlt und ich hab mich wirklich richtig alleine gefühlt, weil es halt bei mir im Umfeld irgendwie niemanden gab, der das auch hatte. Und dann hab ich halt irgendwie auch den Draht zu meinen Freunden verloren und mich halt komplett zurückgezogen, weil ich wirklich überfordert war, weil ich halt so extrem hohe Erwartungen an mich selbst hab und hatte, was Schule angeht. Amira will Ärztin werden. Der Abi-Schnitt ist also mega wichtig. Plötzlich hat sie Druck ohne Ende und niemanden, der richtig helfen kann. So, meine Eltern haben halt schon gemerkt, dass es mir irgendwie nicht gut geht, dass ich irgendwie so viel mehr schlafe als sonst. Wollten aber erstmal irgendwie so dachten, das richtet sich vielleicht und lassen mir erstmal so ein bisschen Freiraum. Und ich mein, die hatten ja selber auch zu tun mit ihrer Arbeit, wie es da überhaupt weitergeht. Wobei sollen wir denn meinen Eltern helfen? Natürlich würden sie es gerne. Sie können es nicht. Zum Beispiel meine Eltern kann ich nicht fragen, weil mein Vater, er hat, also ich komme aus Algerien ursprünglich, und mein Vater hat also relativ früh aufgehört, in die Schule zu gehen. So schon in der neunten Klasse hat er einfach aufgehört, weil er eben, also er war das mittlere Kind und denen ging es nicht so gut, weshalb er eben früh arbeiten gehen musste und irgendwie was für, also irgendwas zu Hause zu haben, so essen oder so. Deswegen kann ich ihm jetzt nicht wirklich, also ich kann nicht hingehen und sagen, ja ey, kannst du mir vielleicht jetzt in Englisch helfen? Er kann kein Englisch. Ich glaube, uns als Kinder der zweiten Generation, das ist extrem deutlich, genauso wie unseren Eltern, dass halt Bildung die Währung ist, mit dem wir uns einfach unsere Zukunft sichern können. Wir müssen uns halt einfach so extrem, wir müssen so extrem gut sein, dass uns am Ende keiner mehr die Tür zumachen kann. Wenn Schülerinnen in Deutschland und wenn mein Bildungserfolg und der Bildungserfolg von Bernal davon abhängt, wer unsere Eltern sind, wo unsere Eltern studiert haben, wie viel unsere Eltern verdienen und woher wir kommen, ob wir in Deutschland geboren sind oder nicht, dann ist es nicht sozialdemokratisch. Dann ist es einfach größter Humbug zu sagen, ihr habt alle die gleichen Chancen, jeder kann es schaffen. Eigentlich ist es leider egal, welche Studie man sich durchliest, die kommen alle zu dem traurigen Ergebnis, dass die psychische Gesundheit und die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen in Pandemie ja richtig gelitten hat. Viele sind müde, erschöpft, überfordert und das ist noch verhältnismäßig harmlos. Wenn man sich das genauer anguckt, dann ist es so, dass fast jedes dritte Kind unter psychischen Auffälligkeiten mittlerweile leidet. Die machen sich Sorgen, die haben Angstzustände oder sogar depressive Symptome. Und das trifft eben nicht alle gleich, sondern da sind besonders diejenigen von Betroffenen, die aus sozial schwächeren Familien kommen oder Migrationshintergrund haben. Zurück an Manels Schule. Sie ist noch immer in der Prüfung. In der Zeit spreche ich ihren Schulleiter. Dass die Politik die Schulen so lange zugemacht hat, sei schwer aufzufangen. Er hat versucht, alle seine Schüler bestmöglich zu supporten. Wir waren am Anfang die Rückmeldung, dass wir zu viele Aufgaben gegeben haben. Und dass dann die Schülerinnen und Schüler vielleicht auch zu Hause, gerade die, die ehrgeizig sind, ewig an diesen Aufgaben gesessen haben. Viel länger, als wir das zum Teil vermutet haben vielleicht. Und da kam so ein Überforderungsgefühl rein. Und dann musste ich mehrfach auch als Schulleiter sozusagen dazwischenreden und das Kollegium deutlich bitten, die Aufgaben zu reduzieren und auch ein Ohr an den Schülerinnen und Schülern zu haben, was wirklich leistbar ist. Also hier ist die Prüfung jetzt schon zu Ende im Nachbarraum. Es ist auch 11.31 Uhr. Das heißt, die überziehen ein bisschen. Kann gut sein, kann schlecht sein. Machen Sie es gut. Tschüss. Wie war es? Es war okay. Ich habe so richtig Double-Time geredet. Außer am Ende waren so ein bisschen, da wurden meine Aussagen in Frage gestellt. Das war ein bisschen tricky. Jetzt noch knapp drei Wochen zittern und dann sollten die Ergebnisse da sein. Manel hofft, dass ihr Durchschnitt reicht für die Diplomatenlaufbahn. Und nach der Prüfungszeit? Unser Abiball wurde abgesagt. Euer Abiball wurde abgesagt? Ja, der wurde einfach abgesagt. Was für ein Scheiß. Na, übertrieben Scheiße. Dir bleibt doch nichts verspart, ne? Nichts, nichts. Glaubst du, Politikerinnen, Politiker, die da ja hätten Entscheidungen treffen können, müssen, sollen, haben irgendeine Ahnung, wie es für euch war? Können die sich überhaupt reinfühlen? Also, um ehrlich zu sein, ich glaube, Politiker sind noch so ein bisschen realitätsfern. Also, sie sind ja selber keine Schüler mehr. Vielleicht haben die so kleine Kinder zu Hause, aber deren Kinder sind privilegierte Kinder. Ich hatte das Gefühl, dass, also, ich hatte es schon mal gedacht, dass man uns nicht zuhört. Klare Ansage. Damit werde ich gleich eine der wichtigsten Bildungspolitikerinnen konfrontieren. Wir fahren jetzt nach Potsdam, sind verabredet mit Britta Ernst, die ist Präsidentin der Kultusministerkonferenz. Ich finde es krass, wie Manel und Amira sich durchs Abi boxen müssen. Wenn es politischen Support gab, war es für die beiden auf jeden Fall nicht genug. Kann Britta Ernst das verantworten? Frau Ernst, wir hatten vergangenes Jahr schon einen sogenannten Corona-Abi-Jahrgang. Dieses Jahr wieder Schüler, Schülerinnen, die wir getroffen haben, sagen, was wurde denn aus dem ersten Lockdown gelernt? Wieso mussten wir jetzt auch nochmal da durch, konnten nicht richtig zur Schule gehen? Was wurde da gemacht? Also, erstmal ist es uns sehr wichtig, nicht von Corona-Jahrgängen so zu sprechen, denn diese Stigmatisierung wollen wir ja gerade vermeiden. Und das ist uns im letzten Jahr sehr gut gelungen. Die Kultusministerkonferenz hat diese Gruppen besonders privilegiert. Kein Jahrgang ist so viel zur Schule gegangen wie die Abschlussjahrgänge. Und so haben wir dazu beigetragen, unter anderem, dass die Vorbereitung gut läuft. Wahrscheinlich ist da viel Verständnis auch bei den Schülerinnen und Schülern, dass es eben auch um Hygieneschutz und andere Maßnahmen geht. Und trotzdem haben wir von dem, was wir gehört haben, viel zurückgespiegelt bekommen. Wir fühlen uns nicht gehört von der Bildungspolitik. Wir haben nicht das Gefühl, dass Bildung hier gerade eine Priorität hat in der Corona-Politik. Was entgegnen Sie? Ich finde, dass die Bildung eine Priorität hat und dass die letzten Monate das auch gezeigt haben. Nicht zufrieden waren wir selber mit den Möglichkeiten, mit jungen Leuten auch sich auszutauschen. Sind Sie zufrieden, so wie es gelaufen ist, im Pandemie-Management und angesichts der Schulpolitik? Oder haben Sie Sorge, dass da viele auf der Strecke geblieben sind? Wir machen uns große Sorgen, die ganze Kultusministerkonferenz. Deshalb war unsere Linie immer, solange es geht, für offene Schulen zu kämpfen. Damit haben wir uns auch Gehör verschafft. Jeder Tag, wo Schule nicht stattfindet, ist nicht gut. Das muss man nicht beschädigen. Ich hätte mir gewünscht, dass Deutschland in der Digitalisierung fünf bis acht Jahre früher begonnen hätte. Dann wären wir leichter, auch für Kinder und Jugendliche, durch die Pandemie gekommen. Aber das sind Versäumnisse, die wir eben vor vielen Jahren schon falsch eingeschätzt haben. Das muss man einfach sehen. Wie nehmen Sie diesen Schülerinnen und Schülern die Sorge, dass sie keine Zufungsperspektive haben, weil Ihre Abschlüsse, die Sie jetzt gemacht haben, eben nicht gleichwertig sind? Also die Abschlüsse, die wir im letzten Jahr gesehen haben, dort kennen wir die Ergebnisse, sind absolut gleichwertig. Und ehrlicherweise sind wir stolz darauf, als Kultusminister, dass wir die Nerven behalten haben und trotz Lehrer-Schulräume über 300.000 jungen Menschen diese allgemeine Hochschulreife zugänglich gemacht haben. Da gibt es gar keine Benachteiligung. Und bei den jungen Leuten, die in diesem Jahr die Prüfung machen, haben wir Erleichterungen geschaffen, durch zusätzliche Aufgaben, durch zusätzliche Zeit, durch Konzentration, um sie auch zu guten Ergebnissen zu führen. Danke für das Gespräch. Ich danke auch. Ja, ganz zufrieden bin ich nicht, wenn man ein Jahr Zeit hat. Und ich frage mich halt, wenn die Schülerinnen und Schüler sagen, wir fühlen uns nicht gehört, wir haben nicht das Gefühl, dass wir hier gut durchboxiert wurden, dann ist ja doch irgendwas schiefgelaufen oder nicht so gut gelaufen. Also ich würde jetzt nicht Abi machen wollen. Würdest du jetzt Abi machen wollen jetzt? Nee, ich bin froh, dass ich durch bin. Ich bin auch richtig froh. Oder auch anfangen zu studieren, mitten in der Corona-Zeit. Ich glaube, das ist echt nicht witzig, deshalb Respekt, wenn ihr da jetzt durchmusstet die letzten Monate. Aber sagt mal, jetzt, wo ihr den Film gesehen habt, hat die Politik genug gemacht? War die Priorität auf der Bildung? Was meinten ihr? Schreibt uns in die Kommentare. Natürlich.